Das heißt, du siehst viele Menschen, die entweder aus Krankheitsgründen oder Vorsorgegründen zum Arzt kommen und hast wahrscheinlich aus dem Grund begonnen, dich hier für die Gesundheit zu interessieren. Das ist richtig. Allerdings war mir das Ernährungsverhalten von vielen Menschen bereits vorher ein Anliegen. Ich habe in Betrieben, wo ich vorher gearbeitet habe, immer wieder miterleben müssen, wie viele Diäten gemacht werden etc. Und das war für mich letztendlich dann auch der Grund, mich in diese Richtung zu spezialisieren.